Das Technische Landesmuseum van Technikum in Wismar hat zum Jahresbeginn die Eintrittspreise erhöht. Das Ticket für einen Erwachsenen kostet jetzt 10 Euro nach bisher 8 Euro und der ermäßigte Eintritt 6 Euro statt bisher 5 Euro. Der Preis für eine Familienkarte steigt demnach von 15 auf 18 Euro. Insgesamt eine moderate Anpassung und die erste nach 5 Jahren. Die Preisstruktur, das heißt auch wenn wir mit externen Dienstleistern arbeiten, wenn wir mit Firmen arbeiten, nicht mehr haltbar ist. Das heißt wir können auch gar keine Planungsgrößen mehr für Ausstellungen gewährleisten, sodass in allen Segmenten, ob das im Energiebereich oder auch im Dienstleistungsbereich, im Materialbereich, Kostensteigerungen sind, die wir abfedern müssen. Der Bildungsbereich bleibt von der Preisanpassung unberührt. Schulklassen zahlen weiterhin 4 Euro und Kitas kommen im Gruppenverband frei ins Van Technikum. Eine weitere Neuigkeit? Ab dem 25. Januar wird die Dauerausstellung erweitert. Wir schenken uns zu unserem 10-jährigen Bestehen am 25. Januar den ersten Teil einer neuen Dauerausstellung unter dem Element Erde, das ja bisher unverwirklicht ist, auf zwei Rädern. Am 25. Januar geht es ab 18 Uhr los, öffentliche Vernissage für alle. Es sind herzlich eingeladen. Ihr zeigt werden historische Fahrräder, die die Entwicklungen der Fahrradgeschichte präsentieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017